Guatemala ist der bevölkerungsreichste Staat in Zentralamerika im Süden der Halbinsel Yucatan. Guatemala grenzt im Südosten an Honduras, im Süden an El Salvador, im Norden an Mexiko und im Osten an Belize. Das Land hat zwei Küsten, im Osten einen schmalen Zugang zum Golf von Honduras, einem Teil des Karibischen Meeres und im Südwesten die Pazifik-Küste. Etymologie Der Name Guatmala leitet sich vom toltekischen Wort Kuautemalen ab, was so viel wie »Land der Bäume« bedeutet. Es gibt aber noch 16 andere Theorien zur Entstehung des Namens Guatmala. So könnte Guatmala aus dem Breiapfelbaum, dem sogenannten Kuautemali in der Sprache Nawadl, entstanden sein. Eine weitere Theorie besagt, dass Guatmala von Kogtemalern, der Wolfsmilchpflanze, hergeleitet wurde. Dieses Jölba-Mala gab es vermehrt rund um Iximchel, der ersten in Guatmala gegründeten Stadt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass der Name von Guatmala dem Berg des Dampfendenwassers abstammt. Physische Geografie Guatemala liegt in Zentralamerika auf 15 Grad 30, Nord 90 Grad 15, West. Damit befindet sich auch der geografische Mittelpunkt des amerikanischen Doppelkontinents in Guatmala, genauer in der Stadt Kulapa. Es grenzt im Norden an Mexiko, im Osten an Belize, im Südosten an Honduras und im Süden an El Salvador. Die Gesamtlänge der Landesgrenze beträgt somit 1687 Kilometer. Geomorphologie Die Region an der Pazifikküste wird als Costa Sur bezeichnet. Es handelt sich um einen 40 bis 50 Kilometer breiten, rund 240 Kilometer langen Flachlandstreifen, dessen natürliche Vegetation von Trockenwald geprägt ist. Die Küstenlinie ist kaum strukturiert und weist nur sehr vereinzelt Näherungen auf. Der Strand besteht im Wesentlichen aus schwarzem Sand. Die Küstenlandschaft besteht im Wesentlichen aus Schwemmland, das sich aus den Ablagerungen der Flüsse gebildet hat. An die Küstenregion schließt sich nördlich der schmale, hörgelegene Boca Costa an. Auch dort sind die Böden sandig. Das Gelände weist mitunter extreme Höhenunterschiede auf kurzer Entfernung auf und ist von Nebel weit bedeckt. Das zentrale Hochland, der Altiplano, macht rund ein Viertel der Landesfläche aus. Er reicht eine Breite von 100 bis 150 Kilometern und ist von mehreren von Nordwest- nach Südost verlaufenden Gebirgsketten geprägt. Unter anderem von der Sierra Madre de Chiapas im Süden und der Sierra de los Cuchumatanes im Norden des Hochlands. Teil der Sierra Madre de Chiapas ist eine Vulkankette. In ihrem Westen befindet sich einer der höchsten Vulkane Mittelamerikas, der Tayumulco. Mit seinen 4.220 Metern überragt er das Hochland von Guatmala. In Richtung Osten nimmt die Höhe der Vulkane ab. Es handelt sich in der Mehrheit um vergleichsweise junge Schichtvulkane, die durch das Aufeinandertreffen von Kokosplatte, karibischer und nordamerikanischer Platte entstehen, siehe hierzu auch Liste von Vulkanen in Guatmala. Das übrige Hochland liegt meist auf 1500 bis 3000 Metern Höhe. Der Untergrund setzt sich vor allem aus Granit, Schiefer sowie geologisch alten Kalk und Sandsteinen aus dem Paleozoicum sowie deren Verwitterungsprodukten zusammen. Das Hochland ist von Grasflächen des Paramo und von Bergregenwald bedeckt. Der Altiplano ist die bevölkerungsreichste Region Guatmalas. Unter anderem befindet sich dort die Hauptstadt sowie die nächstgrößeren Städte, die meist in klimatisch günstigen Tälern angelegt sind. Das Gebiet östlich und nordöstlich der Hauptstadt bis an den Isabalsee und die Grenze zu Honduras und El Salvador wird als Oriente bezeichnet. Es handelt sich um ein überwiegend trockenes Gebiet. Der Paramo geht teilweise in Dornstrauch-Savanne über. Lediglich am Motagua-Fluss erstreckt sich eine fruchtbare Ackerbauregion. Im Nordosten des Landes um den Isabalsee herum und an der Karibikküste sind dagegen von reichlich Niederschlägen und tropischem Regenwald geprägt. Die Regionen nördlich des zentralen Hochlands weisen gemäßigtes Klima, hohe Niederschlagsmengen und Übergänge zwischen tropischem Regenwald. Nebelwald und Bergregenwald auf die Landschaft ist vielerorts von stark verkarstetem Kalkgestein geprägt. Der nördlichste Landesteil Peten ist Tiefland mit fast durchgehendem tropischen Regenwald. Lediglich an der Grenze zu Belize gibt es eine größere Kiefern-Savanne. Die Geologie ist von der teilweise verkarsteten Kalktafel der Halbinsel Yucatan geprägt. Die Region macht den größten Teil der Landesfläche aus, ist aber nur dünn besiedelt. Klima Der flache und fruchtbare Küstenstreifen am Pazifik hat durchgehend feucht tropisches Klima. Die größten Regenmengen mit bis zu 5000 mm im Jahr gehen allerdings an der Karibikküste sowie über den Peten im Norden nieder. Prägende Luftströmung und wichtigste Regenquelle ist der Nord-Ost-Passart. Das Hochland ist von sehr unterschiedlichen Klimazonen geprägt. Wegen seiner Lage zwischen 1300 und 1800 m über dem Meer herrscht fast das ganze Jahr über ein mildes Klima mit Tagestemperaturen zwischen 18 und 28 Grad Celsius. In höheren Lagen kann die Lufttemperatur vor allem im Januar und Februar stark sinken. Darüber hinaus beginnt in den Bergen jedes Jahr Anfang Mai eine ausgeprägte Regenzeit mit täglichen, intensiven Regenfällen. Die Regenzeit endet im Oktober. Da die Passatwolken im Wesentlichen im Nordstau des Hochlands abregnen, sind in den höher gelegenen Regionen des Altiplano lediglich 600 bis 1500 mm Regen im Jahr zu verzeichnen. An beiden Küsten sowie im Peten erreicht die mittlere Jahrestemperatur mit 26 Grad Celsius den Höchstwert. Im westlichen Altiplano werden mit knapp unter 15 Grad die niedrigsten Durchschnittstemperaturen erreicht. Im Oktober 2005 sorgte der Hurricanes denn vielerorts für Überschwemmungen und Schlammlawinen. Humangeografie Allgemeines Das Hochland ist das kulturelle und bevölkerungsreichste Zentrum Guatmalas. In einem tiefer gelegenen Teil dieser Hochlandregion liegt die heutige Hauptstadt Guatemala Stadt. Ballungsgebiete Die wichtigsten Städte haben folgende Einwohnerzahlen. Guatemala Stadt Guatemala 1.125.000 Villanueva 720.000 Mixco 700.000 Quetzaltenango 165.000 Chinautla 155.000 Hühütenango 150.000 Eschgüintla 150.000 Chimaltenango 145.000 Petapa 132.000 San Juan Sacatepeques 113.000 Villa Canales 104.000 Amatitlen 102.000 Santa Lucia Cozumalgua 101.000 Puerto Berrios 78.000 Coban 68.000 Chichikastenango 67.000 San Pedro Sacatepeques 65.000 Chalapa 63.000 Santa Catarina Pinula 62.000 Momostenango 62.000 Antigua Guatmaler 60.000 Flora und Fauna Rund 35% der Landesfläche sind von Wald bedeckt, 45,4% davon werden bewirtschaftet. Die übrige Waldfläche steht unter Naturschutz. Größtes Schutzgebiet ist die Biosphäre Maya im Norden des Landes. Der Naturschutz wird allerdings in allen Landesteilen chronisch missachtet, sodass ein zunehmender Waldverlust zu verzeichnen ist. Der nördliche Teil des Landes ist größtenteils von tropischem Regenwald bedeckt. Der zentrale Landesteil besteht hingegen aufgrund der starken Trockenheit und Höhe aus Kiefern-Savanne, während die Gebirgsseiten hauptsächlich tropische Berg- und Nebelwälder aufweisen. Die Binnenhochländer sind trockener und verfügen über typische Savannenvegetation mit Grasfluren und einzelnen Bäumen sowie an gewissen Stellen auch Mischwälder aus Kiefern und Eichen. Das Tiefland an der Küste des Pazifiks ist im Osten mit Trockenwald, im Westen mit tropischem Feuchtwald bewachsen. Während das Tiefland am Karibischen Meer auch tropischen Feuchtwald aufweist, an den Küsten sind auch kleine Mangrovenwälder vorhanden. Vor allem in den bewaldeten Tiefländern gibt es eine reiche Artenvielfalt. Obwohl seltener geworden, finden sich Affen und Tapire genauso wie Ocelots, Jaguare und Nabelschweine. Unter den Reptilien des Regenwalds sind insbesondere zahlreiche Schlangenarten sowie Krokodile und Liguane hervorzuheben. Auch gibt es in den Regenwäldern zahlreiche Vogelarten. Der etwa 35 cm große Ketzal, das Wappentier von Guatmala, zum Beispiel mit seinen grünen schillernden Federn, die bis zu einem Meter lang werden können, einer der farbenprächtigsten Vögel des tropischen Regenwalds Bevölkerung. 41,4% der Guatmala-Teken sind europäischer oder gemischt europäisch-indigene Abstammung. Diese Bevölkerungsgruppe wird lokal anders als in anderen Ländern Mittelamerikas als Ladinus bezeichnet. Der europäische Anteil ist überwiegend spanischer Herkunft oder auch deutsche, italienische, belgische, französische und britischer. Einwanderer des 19. Jahrhunderts, weitere 40% der Gesamtbevölkerung sind Indigene, meist aus der Völkergruppe der Maya. Andere Erhebungen sprechen von 60% Indigenen. Mehr als 20 indigene Volksgruppen werden im Land gezählt. Der Rest der Bevölkerung ist asiatischer Abstammung oder zählt zu den Garifane, an der Karibikküste lebende Nachkommen der Karibin. Von diesen unterworfener Arawak und Enfluena und ursprünglich aus Afrika stammen der Sklaven der Insel St. Vincent. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Galop vom Dezember 2012 zählen die Einwohner des Landes mit zu den glücklichsten Menschen auf der Erde, Sprachen und Dialekte. Spanisch ist die Amts- und Muttersprache der Mestizen und der europäisch-stämmigen Bevölkerung. Neben der Amtssprache Spanisch, die rund 65% der Guat-Malteken als Muttersprache sprechen, sind weitere sieben Sprachen anerkannt. Dazu zählen neben einigen Maya-Sprachen beispielsweise auch die Arawak-Sprache der Garifane, das Igneri. Bei den Garifane, die enge Verbindungen mit Belize unterhalten, ist auch Englisch mit karibischem Einschlag sehr weit verbreitet. Die Xinka-Sprache wird nur noch von einigen älteren Menschen gesprochen. Hinzu kommen weitere Maya-Sprachen, die teilweise starke regionale Unterschiede aufweisen. Insgesamt werden in Guat-Mala 53 verschiedene indigene Sprachen und Idiome gesprochen, davon 22 Maya-Sprachen. Guat-Mala hat eine sehr hohe Analphabetenrate von 30%. Aus diesem Grund werden diverse Hilfsprogramme wie ProBigua organisiert, die mehrheitlich auf private Spenden angewiesen sind. Religion Ungefähr 47% der Bevölkerung sind römisch-katholisch, etwa 35% gehören protestantischen Kirchen an. In die christliche Folklore des Landes sind viele Rituale der Maya eingeflossen. So finden sich zum Beispiel häufig Opfergaben für christliche Heilige auf den Kirchenstufen, wie sie frühe Maya-Gottheiten dargebracht wurden. Starke Einflüsse sind auch aus dem Spanischen zu erkennen. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind die großen Umzüge während der Karwoche in Antigua, die sich in ähnlicher Form auch in Sevilla finden. Die Zahl der Muslime in Guat-Mala wird auf 1200 geschätzt, die der Juden auf etwa 2000. Die katholische Kirche des Landes besteht aus zwei Kirchenprovinzen, die den Erzbischöfen von Guat-Mala und Los Altos unterstehen, sowie aus zwei apostolischen Vikariaten. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war die katholische Kirche des Landes auf einen streng antikommunistischen Kurs ausgerichtet und unter anderem 1954 maßgeblich am Sturz der Regierung und an der Errichtung der Militärdiktatur beteiligt. In den 1950er Jahren setzten ein erheblicher Zustrom von Missionaren aus Europa und den USA ein, sodass Priester mit ausländischer Staatsbürgerschaft bald die Mehrheit des Klerus stellten. Aus dieser Gruppe entwickelte sich eine Unterstützung von Sozialreformen durch die Kirche. Ende der 1960er Jahre nahm die Kritik der Geistlichkeit an der Militärregierung erheblich zu. Ende 1976 setzte eine Welle von Ermordungen geistlicher und in der Kirche aktiver Laien durch das Militär und mit ihm verbündeter Milizen ein. Geschichte Zeugnis der präkolumbischen Geschichte legen unzählige, zum größten Teil noch nicht erfasste Maya-Ruinen ab, darunter Tikal, Kalakmul und Zivil als die wichtigsten. Eine Unzahl von Resten alter Maya-Kulturen liegt weiterhin im Verborgenen, nur die wesentlichsten Ruinenstädte wurden Vor allem mit finanzieller Hilfe aus dem Ausland, freigelegt und erforscht, siehe auch die Liste der Maya-Ruinen. Nach der Eroberung blieb das Land bis zum 15. September 1821 spanische Kolonie. Von 1823 bis 1839 war Guatmala Teil der Zentralamerikanischen Konföderation. Erst 1840 entstand der unabhängige Staat Guatemala. Die erste Zeit der Jungen Republik von 1841 bis 1871 war gekennzeichnet durch konservative Regimes an der Macht, deren Hauptziele eine behutsame wirtschaftliche Modernisierung bei Beibehaltung der hierarchischen Gesellschaftsordnung der Kolonialzeit waren. Die Zeit von 1871 bis 1944 wird als liberaler Nationalstaat bezeichnet. Die wirtschaftliche Modernisierung des Landes wurde forciert. Es begann der großflächige Kaffee- und Bananenanbau, letzterer insbesondere durch die United Fruit Company. Mit der Oktoberrevolution 1944 und dem Sturz des damaligen Diktators Jorge Ubico begann ein demokratisches Jahrzehnt in Guatmala. Präsident Arevalo demokratisierte das Land, führte die Pressefreiheit ein und implementierte den ersten Arbeiterkodex in der Geschichte Guatmalas. Unter seinem Nachfolger Jakobo Abenz wurden umfangreiche Landreformen durchgeführt. Zu dieser Zeit besaßen rund 2% aller Großgrundbesitzer ca. 70% des landwirtschaftlich nutzbaren Landes. Das US-amerikanische Außenministerium initiierte eine Kampagne gegen Guatmala. Die CIA intervenierte daraufhin im Juni 1954 in Zusammenarbeit mit oppositionellen guatmalteckischen Militärs. Lange Jahre wurde angenommen, dass diese Kampagne auf Intervention der United Fruit Company erfolgte. Die UFC hatte in Guatmala ihre größten Plantagen und war zudem noch Eignerin der International Railways of Central America und des damals einzigen Karibikhafens des Landes. Puerto Berrios die kürzlich freigegebenen Akten der CA über die Aktion lassen jedoch den Einfluss der United Fruit Company eher gering erscheinen. Nach diesen Informationen sollte die Intervention eher als Teil der Truman-Doktrin betrachtet werden. Um einer vermuteten kommunistischen Bedrohung aus Zentralamerika vorzubeugen. 1954 wurde Abends auf Betreiben der USA gestürzt und durch den Diktator Carlos Castillo Amas ersetzt. Innerhalb kürzester Zeit machte dieser sämtliche sozialen Reformen einschließlich der begonnenen Agrarreform rückgängig. Er wurde 1957 ermordet. Utigoras ebenfalls aus den Reihen des guatemaltürkischen Militärs. Unter der Herrschaft Ubikos verantwortlich für zahlreiche Massaker und die brutale Niederschlagung verschiedener Aufstände in Guatemala wurde sein Nachfolger. In Guatemala herrschte ab 1960 ein Bürgerkrieg, der erst 1996 durch die Unterzeichnung eines Friedensvertrages formell für beendet erklärt wurde. Der Krieg hatte bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 200.000 Menschen das Leben gekostet und über eine Million Flüchtlinge geschaffen. Besonders durch General Efren Riosmond bekam die Bekämpfung der indigenen Bevölkerung durch die Diktaturzüge eines Genozids. Ganze Landstriche wurden flächendeckend bombardiert. Guatemala wurde im Oktober 2005 von Ausläufern des Hurricanes, denn schwer getroffen, über 1.000 Menschen kamen durch Überschwemmungen, Erdrutsche und Schlammlawinen ums Leben. Fast zeitgleich mit dem Ausbrechen des Drogenkriegs in Mexiko kam es auch in Guatemala zu schweren Konflikten zwischen Regierungen und Drogenkartellen. Politik Guatemala ist eine unabhängige demokratische Republik mit Mehrparteien-System. Die Verfassung vom 15. Januar 1986 legt die Trennung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative fest. Das Parlament und der Präsident werden alle vier Jahre gewählt, stimmberechtigt sind alle Bürger ab 18 Jahren. Ausgenommen aktive Angehörige des Militärs, der oberste Gerichtshof wird vom Parlament für vier Jahre bestimmt. Bei den Wahlen vom 9. November 2003 wurde Oskar Berger-Perdomo als Kandidat der Ghana zum Präsidenten gewählt. Auch bei der Parlamentswahl wurde die Partei stärkste Kraft, die Wahlbeteiligung lag bei 54,5%. Bei den Präsidentschaftswahlen am 9. September 2007 erlangten Alvaro Colombo Caballero und Otto Pérez Molina die meisten Stimmen. Sie stellten sich am 4. November einer Stichwahl, die der Sozialdemokrat Alvaro Colombo Caballero mit 52,8% gewann. Die indigene Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchu erhielt nur 3% der Stimmen. Ebenfalls fanden am 9. September Parlamentswahlen statt. Hier ging die UNI mit 22,81% als stärkste Partei hervor, gefolgt von der Ghana und der PP. Bei den Präsidentschaftswahlen am 11. September 2011 erlangten Otto Pérez Molina und Manuel Baldison die meisten Stimmen. Sie stellten sich am 6. November einer Stichwahl, die der Ex-General Molina mit 53,74% gewann. Wie die meisten lateinamerikanischen Staaten hat auch Guatemala keine lange demokratische Tradition. Die Parteienlandschaft ist wenig stabil, viele Parteien lösen sich nach einer Legislaturperiode auf oder verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Bezeichnend dafür ist der starke Einfluss gesellschaftlicher Gruppen außerhalb der Parteien, insbesondere des Militärs und der Unternehmer. In Teilen des Landes ist das Vertrauen insbesondere der indigenen Bevölkerung in das staatliche Rechtssystem so gestört, dass es zu Fällen von Selbstjustiz kam. Aufgrund der angespannten Lage werden Polizei und Justiz in städtischen Agglomerationen vom Militär unterstützt. Außenpolitisch war Guatmala während des Bürgerkriegs jahrelang isoliert. Seit dem Beginn der Demokratisierung und dem Abschluss des Friedensvertrags mit den Rebellen versucht Guatmala auf der internationalen Bühne eine angemessene Rolle zu spielen. Seit 2001 besteht zwischen Mexiko, Guatemala, Honduras und El Salvador ein Handelsabkommen. Seit dem 10. März 2004 zusätzlich eine Zollunion mit El Salvador. Seit Juli 2008 ist Guatemala Mitglied der Petrogeraib und seit 2010 Mitglied der CELAC. Guatemala ist eines der wenigen amerikanischen Länder, in denen noch die Todesstrafe verhängt wird. Die letzte Hinrichtung fand im Jahr 2000 statt. Seitdem gab es Bemühungen, die Todesstrafe mittels Gesetzesentwurf abzuschaffen. Jedoch scheiterte dieses Vorhaben an einer großen Mehrheit im Parlament, die für die Todesstrafe war. Militär Bis zur Unterzeichnung des Friedensabkommens im Jahr 1996 verfügten die Streitkräfte Guatmalas über insgesamt 44.200 Mann. In den Jahren danach wurden sie schrittweise stark verringert und umfassen heute etwa 15.000 Männer und Frauen. Heute unterstützten sie vor allem die Policia Nacional Civil bei der Bekämpfung der Kriminalität. Verwaltungsgliederung Guatemala ist in 22 Departamentos aufgeteilt. Der jeweilige Verwaltungssitz träge den Titel Cabecera. Ein Departamento kann bis zu 30 Munizipios als nächst kleinere Verwaltungsgliederungen umfassen. Departamento Peten Departamento Peten Hühüten Ango Quisch Alta Verapaz Isabel San Marcos Quetzalten Ango Totonekepen Bayer Verapaz El Progreso Zacapa Solola Chimalten Ango Zacatepeques Guatemala Jalapa Chiquimula Retalmuloy Suchatepeques Eschgointla Santa Rosa Juschepe Propaganda Jalapa Abagnolia Chiquimula